Gibt's auf Ultor. Du hast keine Chance gegen mich. Also, sag mir einfach, wo ist die Bombe? Wieso? Wieso tust du das eigentlich? Aus demselben Grund wie du? Was solltest du doch eigentlich wissen? Ich möchte den Menschen in Rapture zeigen, dass ihre Stadt nicht zu den Kriminellen und Korrupten gehört. Als normaler Mensch kann ich das nicht. Aber als Ultor schon. In dem du jeden umbringst, der dir in den Quere kommt? Ich hab gesehen, wie du um unschuldige, unzählige Menschen gefeuert hast. Du hast sie kaltblütig ermordet. Diese Menschen nahmen mir meine Eltern weg. Du! Du bist ein verdammter Mörder! Sie haben meine Eltern vor meinen Augen umgebracht. Es war auf dem Rückweg vom Kinobesuch. Wir waren so glücklich. Aber wie schnell kann sich sowas ändern? Ein Mann stand vor uns. Mit einer Pistole in der Hand. Sie haben ihm alle Wertsachen angeboten, aber er wollte sie nicht. Die Schüsse waren laut. Sie sind in aller Öffentlichkeit gestorben. Als sie ihn dann hatten, haben sie ihn einfach wieder freigelassen. Und warum? Es war der Anfang von der neuen Mordliga, die jetzt dafür verantwortlich ist, dass unsere Stadt terrorisiert wird. All die Jahre wollte ich diesen Mann finden und diese Stadt zerstören. Und jetzt kann ich es. Bitte, Ultor. Tu das nicht. Unzählige, unschuldige Menschen werden da bei uns leben kommen. Das kann ich nicht zulassen. Meine Eltern verdienen... Sie verdienen Gerechtigkeit. Du weißt anscheinend nicht, wovon du gerade sprichst. Du sprichst nicht von Gerechtigkeit. Sondern von Rache. Ne, Jo. Manchmal sind Rache und Gerechtigkeit ein und dasselbe. Nein. Nein. Sie sind nie, nie das Gleiche. Bei Gerechtigkeit hat es mit Harmonie zu tun. Und geht um den Ausgleich. Bei Rache allerdings nur darum, dass man sich selber besser fühlt. Siehst du... Siehst du den Unterschied? Es tut mir leid, Neo. Oh, oh. Oh, oh. Ich werde nicht aufhören, dich zu schlagen. Also sag mir... Wo ist die verdammte Bombe? Ah! Ah! Ist es dir wirklich wert? Ah! 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 Sag es mir jetzt! Ah! Ah! Niemals! Niemals! Niemals!